So und herzlich willkommen, im heutigen Video schauen wir uns an, wie Eintracht Frankfurt zu einem Top-Club werden konnte. Armin W. fing der Erfolg von Eintracht Frankfurt stückweise an, 2011-2012 stieg er mit den Adlern auf, wo sie dann in der Bundesliga 6er wurden und sich sogar für die Europa League qualifizieren konnten. Europa League flog man aber schon nach der Gruppenphase gegen Porto raus, in der Bundesliga wurde man in der Saison 2013-2014 auch nur 13er. In der nächsten Saison blieb man auch ohne Erfolg. März 2016 stellte man Niko Kovac ein, der zuvor Nationaltrainer von der kroatischen U21 war. Er übernahm Eintracht Frankfurt auf Platz 16, die Saison endete auch auf Platz 16, wo man in der Relegation gegen Nürnberg mit 2-1 gewonnen hat, somit durfte Kovac weitermachen. Was sich schon im nächsten Jahr lohnen sollte, wo man Elfter wurde und zudem auch noch gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal im Elfmeterschießen ins Finale einzog, wo man aber mit 2-1 durch die Torschützen Aubameyang und Dembélé mit 2-1 verlor. Das Frankfurter Tor machte Ante Rebic, der ausgeliehen war vom AC Florenz. Transfersommer 17-18 konnte Bruno Hübner, der Sportdirektor von den Adlern, sein Können unter Beweis stellen. Er verpflichtete Luka Jovic per Laie, der 9 Tore und 2 Vorlagen machte. Haller kam aus Utrecht für 7 Millionen. Er kam auf 13 Tore und 7 Vorlagen nach 36 Spielen. Ante Rebic wurde erneut ausgeliehen, 9 Tore, 3 Vorlagen, sowie einige weitere Spieler, die sehr wichtig waren für die Saison. Man wurde in der Bundesliga nur Achter, aber der stetig wachsende Erfolg fing mit dem DFB-Pokalsieg an. Im Vorjahr kam man schon ins Finale, diesmal konnte man sogar gewinnen, mit Niko Kovac als Trainer. Ein Doppelpack von Rebic in der 96. Minute konnte dann Garzinovic das 3-1 in einem leeren Tor machen. Damit war das Spiel vorbei und Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal gegen Bayern München. In der Saison 18-19 spielte Eintracht Frankfurt damit wieder Europa League. Es sollte aber nicht einfach sein. Einige Spieler sind gewechselt. Radetschki, Mascarell, Kevin, Prinz, Boateng, Marius Wolf und Trainer Niko Kovac ging nach Bayern München. Der neue Trainer wurde Adi Hütter, der zuvor Schweizer Meister wurde. Aber die Neuzugänge waren auch nicht schlecht. Rebic wurde fest verpflichtet, Kevin Trapp kam per Laie wieder von PSG und wurde im nächsten Jahr fest verpflichtet. Dasselbe auch bei Kostic. Es waren noch sehr viel mehr wichtige Transfers dabei, zum Beispiel in Dicke. Der Saisonverlauf mit der Büffelherde verlief sehr gut. In der Bundesliga konnte man sich gut durchsetzen. Man wurde siebter Platz im DFB-Pokal, flog der Titelverteidiger aber schon in der ersten Runde gegen Ulm raus. In der Saison 18-19 konnte man aber in der Europa League direkt zeigen, was man kann und das Ganze schon direkt in der Gruppenphase, wie man hier sieht. In der Europa League gewann man im Achtelfinale gegen Inter Meiler mit 1-0 dank Luka Jovic und Kevin Trapp. Gegen Benfica spielte man insgesamt 4-4 und gewann damit durch die Auswärtstorregel das vierte Finale. Im Halbfinale verlor man leider gegen Chelsea nach einem 2-2 im Elfmeterschieß mit 4-3. Doppelpack Luka Jovic und eine super Leistung von Trapp. Büffelherde und Kostic kamen insgesamt in der Saison auf 67 Toren in allen Wettbewerben. Logische Folge von der Leistung. Die ganze Büffelherde verließ den Verein 19-20 für über 110 Millionen. Dafür kamen einige Spieler aus ihrer Leihe. So kamen noch für 10 Millionen. André Silva kam im Tausch für Rebic. Insgesamt machte man über 35 Millionen Gewinn. Das zeigt wie gut die Eintracht wirtschaftet. Dafür wurde man aber in der Saison 19-20 durch die vielen Abgänge aber auch nur 9er. Und im DFB-Pokal war es nicht schlecht, aber man flog im Halbfinale gegen Bayern München leider mit 2-1 raus. In der Europa League war auch im Achtelfinale schon Schluss. Dann ist Eintracht Frankfurt in der Saison 20-21 nicht international und zudem im DFB-Pokal schon in der zweiten Runde raus. Dafür läuft es in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt ist am 30. Spieltag mit 4 Punkten Abstand auf Borussia Dortmund auf Platz 4. Dann ist aber bekannt, dass Hütte ab nächstem Jahr Trainer von Gladbach ist per Ausstiegslausel von 7,5 Millionen. Daraufhin knickt das Team ein und beendet um einen Punkt die Saison nur auf Platz 5. Somit könnte man sagen, dass die letzten beiden Saisons nicht von Erfolg gekrönt waren, aber an sich noch ganz okay. In der Saison 2021-2022 verließ André Silva direkt Eintracht Frankfurt für 23 Millionen nach Leipzig. Er war mit Abstand der beste Spieler und machte in der letzten Saison 28 Bundesliga-Tore und war damit in der Top-Torschützenliste auf Platz 2 sogar. Für neu kam Raphael Bore, Ablösefreie, Hansa Knauf, Perleie, genauso wie Hauke und Lamas. Lindström wurde für 7 Millionen gekauft. Neuer Trainer wurde Oliver Glasner, der zuvor mit Wolfsburg Vierter wurde. Für die Eintracht lief es aber in Deutschland alles andere als gut, nur Platz 12. Zudem war im DFB-Pokal in der ersten Runde Schluss. In der Europa League wurde man Gruppenerster gewann im Achtelfinale gegen Real Betis. In der Finale wartete dann der FC Barcelona, den man im eigenen Stadion oder vielleicht auch im Frankfurter Stadion mit 3 zu 2 schlagen konnte. Das Gesamtergebnis war damit 4 zu 3 für Eintracht Frankfurt, Knauf ein Tor, zwei Tore von Kostic, eins von Bore und in der 90. mit 10 Minuten Nachspielzeit Endicca nochmal. Halbfinale konnte Eintracht Frankfurt dann ohne Probleme fast schon mit 3 zu 1 gegen West Ham gewinnen und war somit im Europa League-Finale gegen Glasgow Rangers, wo man dank Bore den Ausgleich zum 1-1 machen konnte und er schoss auch den letzten Elfmeter und verwandelte ihn. Super Leistung von Kevin Trapp und den Rest der Mannschaft. Man ist damit nach über 40 Jahren wieder Europa League-Sieger, damals hieß es ja noch Supercup. Und nach über 60 Jahren ist man damit wieder in der Champions League. Transfers von Eintracht Frankfurt in diesem Jahr sind auch auf Champions League-Niveau angepasst. Nur Kostic verließ den Verein als wichtiger Spieler. Dafür neu kamen Kudumuani, Mario Götze, Pillegrini, noch sehr viel mehr. Der Kader ist mit Spielern wie Endicca, Kamada, Kudumuani, Götze, Trapp, Scho, Lindström und Bore Champions League bereit gewesen. Wie sich zeigt, durch den Sieg am letzten Gruppenspieltag gegen Sporting Lissabon ist Eintracht Frankfurt auf Platz 2 weiter. In der Champions League international können die Adler es auf jeden Fall. Bundesliga läuft es zudem aber auch noch ganz gut. Man ist aktuell auf Platz 5. Im DFB bekannt muss man im 8. Finale gegen Darmstadt. Es ist also noch alles drin in der Saison. Vielleicht sieht man Eintracht Frankfurt ja ein paar Jahre länger in der Champions League und bald mit einem weiteren Titel vielleicht. Eintracht Frankfurt konnte gute Spieler behalten, den Trainer Oliver Glasner behalten und gute Spieler dazuholen. Und jetzt läuft es in allen drei Wettbewerben. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal weit kommt. Halbfinale, vielleicht auch wieder ins Finale und dann vielleicht auch wieder ein Sieg. In der Bundesliga ist auf jeden Fall Europa League Quali drin. Und Champions League Quali ist vielleicht auch gar nicht so weit entfernt mit diesem Team. Und so wie sie aktuell spielen, erst recht ein Kamada, Kulumuani sind aktuell in bester Form. Und in der Champions League muss man mal abwarten, wie weit die Eintracht kommt. Es steht ja erstmal das 8. Finale an und dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Eintracht Frankfurt mit den Fans da weiterkommt. Aber dann ab 4. Finale wird es auf jeden Fall schwer werden. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr glaubt, wie weit die Eintracht es schaffen kann in der Champions League zum Beispiel. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschau und bis zum nächsten Mal.